Hallo, gestern ging es um die richtige Planung. Die meisten machen den Fehler, dass sie ihren Tag komplett verplanen und keinen Spielraum für Unvorhergesehenes lassen. Die Konsequenz, wir fangen an zu arbeiten, es kommt etwas dazwischen und schon beginnen wir fix eingeplante Aufgaben vor uns herzuschieben. Deshalb gilt die grobe Faustregel, maximal 60% des Tages zu verplanen und ca. 40% für Unvorhergesehenes freizuhalten. Wie viel Prozent deiner Zeit du individuell fix verplanen kannst, lässt sich am besten durch ein Zeitprotokoll feststellen. Das bedeutet, du schreibst über zwei bis drei Wochen einfach mal für deine regelmäßig sich wiederholenden Aktivitäten die benötigte Zeit auf und danach bist du in der Lage, deinen Zeitbedarf einigermaßen realistisch einzuschätzen. Ich habe aktuell ein kostenloses Webinar, das werde ich dir hier unten verlinken.